Du bist ganz fleissig und machst ganz viel, doch am Ende des Tages zahlt es sich nicht aus. Du bist sogar müde und kannst gar nicht mehr und weisst gar nicht mehr, was du alles tun musst. Und jetzt komme ich und ich sage dir, ich habe eine Strategie. Ich möchte dir auch zeigen, wie du nicht nur sichtbar wirst, wie du ganz einfach auf Menschen eingehst, um eben auch die sogenannte Zielgruppe genauestens anzupeilen. Und da möchte ich dir gerne ganz rudimentären Schritte, Werte geben, wo du jetzt heute siehst. Vielleicht hast du die schon mal gehört, aber ich weiss eins, umgesetzt hast du jetzt sie noch nie. Aus diesem Grund zeige ich dir heute, wie die Profiler-Trends genau sind, dass du auch da viel mehr herausholen kannst. Es freut mich riesig, dass du heute bei dieser Episode dabei bist. Mein Name ist Alex Hurschler und ich bin Swiss Profiler. Ich lese Menschen wie aus den Hollywood-Serien, wo du wahrscheinlich kennst, wo man ganz viele Puzzleteile zusammenstellt, um schlussendlich ein grosses Bild zu bekommen. Und da habe ich in den letzten Jahren ganz, ganz viele Menschen geprofilt, gelesen, analysiert und habe einiges für mich herausgenommen. Und so ein Geheimnis, das ich in den letzten Jahren aufgedeckt habe, möchte ich dir gerne heute mitgeben in dieser wunderbaren Episode, wo es eben darum geht, dass es nicht das Gefühl haben muss, du musst ganz, ganz viel tun und extrem stolz auf dich sein und extrem qualifiziert sein, und dass du schlussendlich auch so abgehst wie der neben dir, wie der neben dir. Und einfach merkst, ja, bei mir funktioniert es ja auch. Und genau das werde ich dir heute genauso zeigen. Übrigens, ich möchte dich auch noch mitnehmen auf eigene persönliche Experience, wo ich es tagtäglich tue. Und wenn du ganz fleißig jetzt hier meine Episoden anschaust, zuhörst, weisst du auch, dass ich vor einigen Wochen aufgehört habe, Kaffee zu trinken und möchte dich hergene auch ein bisschen updaten, was jetzt gerade passiert ist. Weil bei mir hat sich etwas Krasses verändert. Ich begleite ja die Menschen in Systemen, wie Menschen, Systeme funktionieren. Wir sind ja auch Gewohnheitstiere. Wir haben da auch unsere Laster und Süchte und was wir alles haben. Und der eine war bei mir noch Kaffee. Ich trinke seit längerem keinen Kaffee mehr und noch viel länger keinen Alkohol mehr. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte immer am Anfang so, weil ich das sehr gerne tue, ich trinke gerne mal ein Bier und geniesse es auch am Feierabend, mal ein kleines Bier aufzumachen und das zu trinken. Und das habe ich jetzt seit Januar nicht mehr. Und ich muss sagen, das habe ich eigentlich gar nicht vermisst. Also kein Alkohol zu trinken ist eigentlich etwas Wunderbares. Und wenn wir auf Besuch gehen, habe ich selber damit auch keine Mühe und keine Problemchen. Aber wo ich am besten ein Problemchen sehe oder habe, ist es beim Kaffee. Hätte ich nie gedacht. Und Fakt ist, ich habe jetzt der Zeit, wo ich keinen Kaffee mehr trinke, fünf Kilo zugenommen. Vielleicht sieht man es bei mir auch. Ich habe plötzlich so Hunger auf Süssigkeiten, auf gewisse Sachen. Und schau mal, was das aus mir macht. Und ich hätte es echt nie gedacht, weil ich habe jetzt bei anderen Menschen geschaut, was passiert da, wenn du keinen Kaffee mehr trinkst. Und alle, die meisten haben gesagt. Also ich habe jetzt noch nie mehr ihm gesagt, bei dem es so krass war, weil bei mir, das ist kein Problem, das geht gut, du hast ein bisschen Schlafproblem, aber sonst gut. Und so, ja, so Schlafprobleme habe ich nicht. Aber dass ich fünf Kilo zugenommen habe, das finde ich jetzt schon deftig. Das bedeutet auch, dass mir der Kaffeekonsum extrem fehlt. Und mein Körper sucht jetzt nach anderen Lösungswegen, wo ich das reinhole. Es ist echt ganz spannend. Und da habe ich mich auch entdeckt, dass ich mehr Süssigkeiten gegessen habe. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt da nicht so strikt. Ich habe gesagt, ja, schau mal, was da passiert. Aber jetzt muss ich die Handbremse ziehen, weil ich merke, das geht so definitiv nicht weiter. Und ich könnte jetzt auch wieder Kaffee trinken. Dann wäre ich wahrscheinlich in zwei, drei Wochen wahrscheinlich wieder auf meinem Idealgewicht. Aber es kann es ja nicht sein, dass ich einfach wegen dem das so unterlasse. Und du wirst sehen, ich werde dich hier auch auf dem nächsten noch fleissig weiter unterhalten. Und jetzt geht es wieder auch zu meiner Zielgruppe, zu meiner Strategie für Einsteiger, wie das ich genauestens als Profiler das mache. Schau mal, das Wichtigste ist, dass du mal merkst, bevor wir jetzt in die Sichtbarkeit geben, weil es ist alles ein bisschen zusammen verknüpft, müssen wir mal lernen oder mal schauen, was ist dann deine Zielgruppe? Wer ist das? Wie funktioniert die? Und da kann man so gewisse Avatars erstellen. Da kannst du mal auf die Webseite eingehen, erstelle ein Avatar, Kundengruppe, Zielgruppe. Da gibt es ganz viele verschiedene Techniken. Und das Einzige, wo du eigentlich auf diesen Techniken lernst, ist nichts anderes als, du wirst dann so gefragt, bei vielen Fragen, wie überhaupt deine Kundengruppe funktioniert. Und der grösste Fehler bei den meisten Menschen ist, Punkt 1, weil sie sagen gleich, ja, ich weiss ja, wie meine Zielgruppe funktioniert, das ist alles da oben drin. Und dann tippen sie auf den Kopf. Und wenn dir das jemand sagt, dann weisst du, das stimmt eh nicht. und das kann gar nicht so funktionieren. Weil das habe ich selbst auch erlebt. Und dann habe ich wie folgendes gemacht. Stell dir mal, ich habe jetzt extra für dich so ein gelbes Sichtmäppchen vorbereitet. Da ist ganz viele Blätter drin. Ich nehme die mal raus. Und das ist nichts anderes als, das ist nichts anderes als, hier sind Fragen über meine Kunden. Also da bist du abgebildet. Und da gibt es ganz viele psychologische Profils, die wir erstellen können. Wir können auch soziologisches Profil erstellen. Und, und, und. Aber die wichtigsten Fragen sind ganz, ganz zwei wichtige Punkte. Weil das eine kann ich dir gleich mal mitgeben. Das ist jetzt eine Strategie. Das möchte ich gerne dir auch mitgeben. Viele Kunden möchten weg von. Und da ist jetzt eine wichtige Frage. Die kann ich dir gleich mal vorlesen. Wie tickt deine Kunden Avatar? Was sind die Kaufmotive, Wünsche, Ziele und Probleme? Ja, ich weiss. Jetzt kommt das liebe Geld wieder. Aber schlussendlich, du willst ja den Menschen was anpeilen. Und hier ist jetzt wichtig, wichtig. Wir müssen lernen zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Und Menschen funktionieren in einer Beziehung auf drei Punkte. Und da sie tun alles, um genau das zu erreichen. Jetzt kommt das Motiv. Das ist die Motivation dahinter. Welche Probleme löst du für deine Kunden? A, B, welchen Nutzen haben sie daraus? C, welchen Mehrwert können sie daraus generieren? Für sich. Und für diese drei Fragen tun die Menschen alles. Und wenn du jetzt mal sagst, naja, wir sind doch spirituell unterwegs und das geht doch nicht. Nein, das stimmt nicht. In den letzten 20.000 Profilings, mittlerweile sind es mehr, machen die Menschen alles auf diese drei Fragen. Also auch deine Menschen. Und das ist mir auch ganz wichtig, die möchten da raus. Die sind in einer Situation drin und die musst du wissen, was jetzt dein Kunde will. Also was möchte der? Was sind seine Problemchen? Was ist die Motivation dahinter? Nutzen uns den Mehrwert. Einfach das mal rausziehen, weil sie möchten jetzt irgendwo hin. Da sind sie jetzt drin. Und jetzt geht es auf dieses Dokument. Und das heisst nicht, sie gehen jetzt hier hin. Und das ist nämlich die Frage, was sind die Wünsche und Träume deines Kundenavatars? Und da darfst du auch mal hinschauen, ja, was sind denn die Wünsche und die Träume von meinem Kunden? Was möchten sie? Und das darfst du dann aufschreiben. Und jetzt hast du diese zwei Palaspecke, diese zwei Kästchen, die auch zusammen sind. Also hier möchten sie weg, links. Und rechts möchten sie hinzu. Und schlussendlich geht es nichts anderes, als wir kommunizieren permanent über diese zwei Kästchen. Bei einem sind sie, das möchten sie immer hören, dass sie auch da sind. Und beim anderen, da möchten sie hin. Zum Beispiel möchten sie mehr Zeit für seine Familie. Oder sie möchten gerne erfolgreicher sein, was das auch immer heisst. Oder sie möchten gerne ein gut funktionierendes Plan haben. Sie möchten eine Struktur haben. Und, und, und. Und genau damit geht es hin. Und das ist das Erste, was du für dich aufschreiben kannst, diese zwei Kästchen, damit wir überhaupt mit unserer Strategie starten können. Und genau, auch wenn du jetzt sagst, das ist alles da oben drin im Verstand, bei mir ist es ein Handgriff daneben und ich, dass ich jederzeit drauf schauen kann. Auch jeden Podcast, den ich starte, Videos, Episode, hat Punkte drin, wo du hören möchtest. Also hole ich auch hier jedes Mal dich als Kunde ab, damit du auch die Punkte hörst, wo du gerne hinkommen möchtest. Und das wollte ich dir jetzt mal ein bisschen als Einleitung geben, bereits als Aufgabe, dass du merkst, ja, jetzt darf ich dann auch schon, bevor wir überhaupt mit der Episode starten, für mich diese Frage erstellen. Und jetzt starten wir. Ich nehme gleich noch einen Schluck Wasser. Hast du Wasser dabei? Hast du auch Schreibmaterial dabei? Mh, ein frisches, leckeres Wasser. Und jetzt kommt nämlich die erste Frage, warum sieht mich niemand? Und warum sieht mich niemand ist nichts anderes als die Sichtbarkeit? Und wenn du jetzt weisst, wo dein Kunde ist, in welcher Pfütze er sitzt, entschuldige für die Aussprache, aber da sitzt er jetzt mal drin und wohin er hin möchte, wenn du das schon vor dir hast, weisst du jetzt auch, wie du agieren musst, dass dieser Kunde in die Sichtbarkeit kommt und vor allem du. Und für die Sichtbarkeit gibt es heutzutage übrigens ganz, ganz tolle Tools und ganz, ganz einfache Sachen. Schauen wir, für die Sichtbarkeit brauchen wir nichts anderes, als das ist wie so ein, hier habe ich mal genau dieses wunderbare, diese Box, wo in der Regel meine Kopfhörer drin sind, die ich jetzt anhabe, die man eigentlich fast nicht sieht. Das ist also unsere Bühne, ich halte sie mal so vorhin. Und da stehst du als Mensch drauf. Als Mensch nehme ich jetzt mal so, nehme ich jetzt mal hier meine Kopfhörer, dass ich da drauflege. Schau mal, hier bist du und jetzt nehme ich dich mal ganz unten auf den Tisch, da sieht man dich noch nicht. jetzt tust du was und was passiert? Du kommst nach oben und was passiert, wenn du nach oben kommst? Entschuldigung. Okay, du kommst nichts anderes als in die Sichtbarkeit. Jetzt auf dem Video siehst du wunderbar, wie du auf der Bühne bist und hier dieses Performance machen kannst, dass man dich sieht. Was hast du jetzt getan, dass du in die Sichtbarkeit kommst? Richtig. Die Hotspots, die Lampen sind auf dich gerichtet. Warum sind sie auf dich gerichtet? Weil du hast irgendwas getan, was die anderen sehen wollten. Du hast irgendwas getan und genau wegen dem bist du jetzt da. Und das ist nichts anderes als du hast dich bemerkbar gemacht. Durch deine Art, wo du hast, oft ist das vielen Menschen gar nicht bewusst. Mir war das viele Jahre auch nicht bewusst. Und jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Was kannst du ganz einfach erledigen, wo die Menschen da draussen einen Wow-Effekt haben? Einfach für dich ist es ganz normal, aber für die Menschen da draussen ist es ein Wow-Effekt. Was ist das? Stimmt. Bei mir ist es, wenn ich offen über Menschen rede, wenn ich sie wahrnehme, wenn ich Menschen genauestens analysieren kann, abhand von eines Bildes, ich nehme das mal die Bühne nach rechts und hole jetzt auch ein Bild, da haben wir die Postkarte, schau mal, hier, wenn ich solche Menschen lese, abhand eines Bildes, warum ist das, warum will man mich dann sehen? Weil in vielen Köpfen von den Menschen eigentlich, der sagt dir, das geht doch gar nicht. Du kannst doch einen Menschen nicht zuordnen abhand eines Bildes. Oh, das kann ich. Darum zeige ich es. Das bedeutet, ganz wenige Menschen können das. Ich kann es. Dann bist du sichtbar. Ich habe aber noch mehr. Ich kann ja auch mit Menschen kommunizieren, die ja verstorben sind. Wir werden hier auch noch weitere Episoden machen, wo wir genau das tun. Das heisst, ich kann mit Menschen kommunizieren, die ziemlich genau zuordnen und du sagst dann auch, dass das stimmt. Und dein Kopf sagt dir wahrscheinlich, das geht ja gar nicht. Und ich sage mal, das geht. Und dann bist du wuff, bist du in der Sittbarkeit. Ich nehme jetzt die Bühne wieder runter, dass du die auch mal parkieren darf. Sind die Stöpsel noch runtergefallen? Alles cool. Das bedeutet, ich mache Sachen, die ich eigentlich tagtäglich tue, für mich ganz simpel und einfach oder normal sind. Einfach ist es nicht immer, aber normal. Und für andere Menschen einen Wow-Effekt auslösen. Das bedeutet, da kann man mich wahrnehmen. damit können sie mich sehen. Und jetzt, durch die Art, wie ich das gemacht habe, muss man nicht laut sein. Man kann auch ganz leise sein, aber man muss präsent sein. Und da kommt jetzt immer noch das Nächste. Das ist immer das Erste. Tu etwas, was für dich ganz normal ist und die anderen Menschen einen Wow-Effekt auslösen. Dann weisst du, du hast jetzt etwas in deinem Rucksack, wo andere Menschen nicht können und jetzt geht es darum, präsent zu werden. Und da ist auch ganz wichtig, dass wir das System vom Auslösereiz verstehen. Auslösereiz hat viele Punkte. Zum Beispiel, das Erste ist, wir müssen grosse Sachen haben. Etwas ganz Grosses. Gross und bunt. Da reagieren Menschen drauf. Andere Menschen reagieren auch drauf, dass man laut ist. Bam, bram, bam, bam. Man kann laut sein. Oder da gibt es noch viele, viele weitere Punkte mehr. Mal schauen, ob mir gleich noch eins in den Sinn kommt. Wir haben Gross, wir haben Laut. Ah ja, stimmt. Wir haben Bunt. Es muss Bunt sein, damit die Menschen drauf reagieren. Und wenn so diese drei Aspekte dabei sind, dann merkst du, du bist präsent. Und so bekommen die Menschen Aufmerksamkeit bei dir. Im anderen ist es aber auch wichtig zu verstehen, dass deine Energie bereits bei dir ist. Du musst bereit sein. Das bedeutet, Angst dürfen wir haben. Angst ist auch ein guter Wegbegleiter, weil wenn du nicht Angst hast und auf der Bühne ist ein bisschen ein Mummelgefühl, dann würde ich mal sagen, dann ist es eventuell auch gefährlich, dass du vielleicht überbordest. Aber so ein mummeliges Gefühl, ein bisschen Angst, unsicher, funktioniert, funktioniert es nicht, das darf ruhig hier sein. Und das darf, wenn du auf die Bühne kommst und wenn du jetzt präsent bist, muss dein Verstand an deiner Energie bei dir sein, du musst es auch wollen. Viele Menschen sagen, ich wollte es gar nicht, ich bin unsicher, wenn das in dir ist, dann wird es nicht funktionieren. Du musst präsent sein, konzentriert, deine Energie da und wenn du gefragt wirst, bam, rausgehend, sofort agieren und das ist ganz wichtig, wenn man das hat, dass wir das hier für uns bekommen. Jetzt habe ich auch gesehen, schon für den zweiten Punkt, ich wollte jetzt nämlich schon Sachen vorspoirern, damit wir den zweiten Punkt machen können, den werde ich jetzt noch nicht machen, weil da werden wir dann gleich ansetzen. Warum sieht mich niemand? das sind diese drei Sachen, du bist nicht sichtbar, weil du nicht gross bist, du bist nicht bunt und du bist nicht laut und das andere ist, weil du gar nicht weisst, was du eben kannst, du weisst nicht, was du einfach kannst, wo für die anderen ein Wow-Effekt ist. Als ich das damals so für mich aufschreiben durfte, war für mich das eine riesige Veränderung, als ich mich mal gesehen habe, ey Alex, stimmt, es ist das, es ist wirklich das, was ich den Menschen in diesen zwei Punkten, wo ich am Anfang gesagt habe, wenn du sie nicht mehr weisst, kannst du es gerne von Anfang noch einmal anhören, reingehe und sage, ja, das ist mein Ding und ich merke auch ganz viel, wo Menschen so sagen, gestern hatte ich zum Beispiel ein Gespräch mit einem tollen Menschen und da hat einer gesagt, ja, ja weisst du, das YouTube hat zum Beispiel nicht funktioniert, wo ich sie fragte, ja, wie lange hast du das gemacht? Ja, so zwei, drei Monaten, ja, dann ist das zu wenig. Mein Kanal habe ich, glaube ich, 2012, 2013 aufgebaut, meinen YouTube-Kanal und habe jetzt knapp, knapp 300 Menschen als Follower, nach nicht viel, du siehst, aber er wächst jetzt stetig, seit ich jetzt regelmässig hier Episoden drauf lade, wächst er stetig und man darf ja nicht vergessen, ich habe jetzt hier auch in meinem Podcast, das ist jetzt nicht, dass man so Challenges macht, dass ich da, meine Tochter schaut sich immer, also merke ich, also Challenges an, das mache ich nicht, sondern ich erzähle dir auch Sachen, ich mache nichts anderes als Content-Marketing, das ist am Anfang jetzt nicht so spannend für die breite Masse, aber für Menschen wie dich, wenn du regelmässig anhörst, das wird spannend sein, weil du wirst merken, ja, da möchte ich reingehen, da möchte ich mehr erfahren und das ist mir wichtig und das ist halt, das ist ein ganz, das ist ein ganz anderes Zielpublikum, das sind andere Menschen und so wirst du jetzt langsam wachsen, für das musst du etwas tun, für das musst du echt etwas umsetzen, da kommt mich auch gleich jemand anderes, den habe ich mal kurz, jetzt auch vor kurzem angeleitet, die ersten paar Schritte, was für sie wichtig ist, für die Sichtbarkeit, habe ich mir eine Webseite und Sachen ein bisschen rumgeschraubt, geschreibt, dann hat sie gesagt, jetzt habe ich eigentlich alles mal so ganz gemacht, ich habe ganz viel gemacht, aber sie kommen noch nicht, die Menschen, und sie wissen auch nicht, dass es dich gibt, jetzt haben wir technisch Sachen verfeinert, aber die kommen ja nicht wegen dieser Verfeinerung, die kommen ja wegen dir, also darfst du jetzt hier präsent werden und genau diese Strategie, wo ich jetzt dir hier erkläre, die ist genau da draussen, dass du merkst, dass du auch schlussendlich mehr Menschen hast, also wir starten jetzt dich an einer Veränderung und die braucht Zeit und einfach, dass du weisst, jede Veränderung, die du gemacht hast, kann bis zu drei Monaten gehen, das, was die Menschen wahrnehmen und aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass wir kontinuierlich, also stetig, immer wieder Sachen machen und das ist auch der grösste Fehler von den meisten, das machen sie nicht. Also jetzt auch für dich, wenn du mal beginnst, du sagst, du möchtest gerne mehr Zielgruppe haben für deine Strategie, für deine Zielgruppe, dann musst du immer mal beginnen und dann stetig Sachen machen und einer der grössten Game Changers, wo für dich jetzt gleich ist, werde ich dir gleich erzählen, auch wenn du ein Video machst und ein Post ist egal was, das muss nicht perfekt sein, tu es einfach und lade es raus. Wichtig ist, dass wir das tun und nicht einfach permanent bei der gleichen Episode immer rumschneiden. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt diese Episode hier zum ersten Mal gemacht und würde es jetzt, seit jetzt Beginn, jetzt ist es glaube ich fast Podcast, was ist Episode, fast 200 und ich würde immer noch an der gleichen herumschreiben, dann würde mich, würde es wahrscheinlich schon nerven, wahrscheinlich hätte ich es noch nie rausgetan, aber ich hätte nie, nie fünfmal, ich hätte nie so viele Menschenreiche wie bis jetzt, nee, das geht ja gar nicht. Aus diesem Grund einfach aufnehmen, rausgeben und los geht's. Und jetzt geht's zum zweiten Punkt, wo ich dir heute mitgebracht habe. Wie mache ich mich sichtbar? Indem du etwas erzählst. Indem du von dir erzählst. In dem Sinn, wo du sagst, wer du bist und was du tust. Und in Zukunft kannst du sie gleich mal merken, wir erzählen nur noch Sachen, die wir tagtäglich erleben. Die wir tagtäglich tun. Und da wird sich jetzt auch die Spreu von der Weite trennen. Weil meiner Wahrnehmung nach ist es so, du wirst sofort merken, wenn du Menschenreden hörst, wenn die keinen Plan haben, wenn die keine Kunden haben. Ich höre das raus, bei den sogenannten Coaches da draussen, bei den Menschen, die so wunderbar viel Geld verdienen. Ich weiss sofort, der hat nie so viele Kunden, wie er erzählt. Der andere auch. Weil ich höre das im Reden. Ich merke dann auch, der hat gar keine Erfahrung, wie man Menschen begleitet, weil er selbst nicht so viel tut wie ich. Und ich darf langsam sagen, ich bin einer der einzigen Coaches, wahrscheinlich da draussen, der schon über 20'000 Menschen begleitet hat. Viele haben diese Anzahl an Menschen gar nicht. Und da siehst du eben auch, was denn da der Unterschied ist. Also ich höre es wirklich raus, wenn Menschen von ihrer Arbeit erzählen, und du merkst, hey, aber da stimmt doch was nicht, was du erzählst. Das kann nicht sein, weil so wie der redet, so kannst du nicht mit Menschen umgehen. Das funktioniert nicht. Und die ertappen sich schlussendlich selbst. Das ist ganz, ganz spannend. Und das ist auch hier, dass du merkst, wie wirst du sichtbar, indem du etwas tust, etwas redest, rausgehst. Und da gibt es verschiedene Wege. Es gibt Menschen, meine Frage ist eben zuerst, schreibst du gerne oder redest du gerne? Was machst du lieber? Wenn du jetzt lieber schreibst, dann wäre wahrscheinlich so eine Art, gut, wo du Texte verarbeiten kannst, wo du über Texte sichtbar wirst. Und da liegt es mir auf der Hand, dass du wahrscheinlich einen Blog machst, einen Kolumne machst, ein kleines Pädias machst, wo du erzählst, wie du von A nach B gekommen bist, das auf Amazon als Buch verkaufst oder wirklich an ein Buch schreibst oder einfach, dass du in Schreibsachen rauskommst. Kannst du auch auf den Social Media Sachen, zum Beispiel, so wunderbare Sachen schreiben, wo du merkst, hey, ich komme über Schreiben raus. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du etwas Reden hast, da gibt es ganz viele andere Tools, da gibt es Podcasts, gibt es YouTube, einfach Videosachen, wo du nachher auch schlussendlich erzählen kannst. Und da tue einfach das, die ganze Zeit, dass du mal merkst, jawohl, mich kann man hören. Und durch das kommst du kontinuierlich über Monate und Jahre in die Sichtbarkeit. Und wenn ich zum Teil vergleiche mit Amerika oder mit anderen Ländern, dass Menschen wirklich bekannt worden sind, wenn du mal fragst, hey, wie lange hat es gedauert, bis du präsent warst, da habe ich niemand gehört. Da habe ich gesagt, eine Woche, zwei Wochen, auch nicht zwei, drei Monate. Bei den meisten ging es zwei, drei Jahre, bis man wirklich von denen gehört hat. Auch wenn der schlussendlich einen Bestseller geschrieben hat und bekannt wurde, er hat davor ganz viel geleistet, dass er zu diesem Punkt gekommen ist. Und da haben wir halt zum Teil auch eine grosse Illusion in uns. Wir haben das Gefühl, wir können ein, zwei Sachen tun und sind dann sofort gehypt, präsent und man sieht uns. Weil uns das einfach in den letzten Jahren leider, leider, mit Social Media so erzählt worden ist. Übrigens, das kann ja mal bei jemandem funktioniert haben, aber meiner Wahrnehmung nach ist es nicht so. Wir müssen wirklich tagtäglich was tun. Im anderen ist auch, wenn du über Geschichte erzählst, das ist ja nicht anders als Storytelling, das muss man ein bisschen üben, weil die meisten Menschen machen hier die Fehler, dass die von sich so erzählen, dass das für dich spannend ist. Ja, für dich. Und das möchte eigentlich niemand hören, weil wir möchten Sachen hören, wie es für den Zuhörer spannend klingt. Klingt das logisch? Ja. Okay. Dann meine Frage ist, ja, warum tut denn das niemand? Warum macht das niemand? Und ich sage, ah, stimmt. Ich sage, auch ich durfte Storytelling lernen. Am Anfang habe ich auch gemacht, habe ich viel einfach erzählt, wie ich es gefühlt habe, das muss doch sein, das passt doch so. Also mir würde es gefallen. Genau das ist auch der falsche Ansatz. Da ich ja schliesslich etwas kann, wo für mich ganz einfach ist und für die anderen einen Wow-Effekt auslöst, schreibe ich in meiner Sprache. Das bedeutet, mir gefällt es. Und was passiert jetzt? Nach aussen kann das sehr arrogant wirken. Das war bei mir der Fall. Obwohl ich als Mensch nicht arrogant bin. Ich habe ganz viele Menschen gefragt, bin ich arrogant? Wie ist das so? Aber ja, es klang arrogant. Und ich konnte es am Anfang wirklich auch ich als Profiler nicht verstehen. Aber ich habe dann wirklich gesehen, ja, das stimmt. Wenn ich als Experte etwas erzähle, schau mal, wenn du jetzt als Experte, früher als Bauspengler, Koch irgendwo, wo du bist, Flugzeugmärk, irgendwo etwas, dann redest du ja in deiner Sprache mit anderen Experten. Das ist kein Problem. Also, als ich damals geredet habe, so wie ich es gemacht habe mit anderen Experten, die konnten mich verstehen. Aber die wollte ich eigentlich auch gar nicht. Ich wollte doch dich da draussen, dich als Kunde, wollte ich doch sagen, hey, ich will dir was mitgeben. Ich will dir mal zeigen, wie Sachen auch noch besser funktionieren. Ich habe ja hier eine Zielgruppenstrategie. Und dann habe ich dann auch gelernt, okay, ich muss da, glaube an mir etwas entdecken, wie es anders funktioniert. Und da habe ich eben auch gesehen, dass ich ganz einfache Wortwahl wählen kann, wo für dich ansprechbar ist. Und jetzt tue ich Folgendes. Immer wenn ich jetzt neue Menschen zu mir hole, die bekommen, bevor sie bei mir buchen, passiert Folgendes. Die haben Angst, die sind unsicher. Die sind nämlich in einer Situation drin, wo jetzt im Dienen etwas macht. Erstens, ich bin zu teuer. Das kann ja nicht sein, was wir erreichen. Drittens, bin ich wirklich der Richtige. Das löst die Menschen Sachen aus. Dann sage ich Folgendes, schau mal, genau das, was du jetzt verspürst, bitte geh in das Gefühl rein. Schreib, wenn du willst, das auf. Sprich in ein Video. Aber einfach halte diese Situation fest. Weil in zwei, drei Jahren, zwei, drei Wochen, zwei, drei Monate, wirst du Kunden haben, die genau da jetzt stehen, wo du jetzt stehst. Und daher ist es wichtig, zu verstehen, wie man sich jetzt fühlt, bevor du diesen Schritt gehst. Weil, du musst die Kunden abholen können. Du musst wissen, wie sie ticken und funktionieren. Und jetzt weisst du es. Und das löst extrem viel in anderen Menschen aus. Also geh in deinen Kunden hinein, fühl dich. Und das ist das Beste, wenn du deine Schritte immer wieder für dich speicherst, abspeicherst, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. und du schaust, okay, ich fühle mich jetzt so, ich weiss, in ein paar Jahren sind meine Kunden auch da und die fühlen dann das auch. Und seit ich das für mich verstanden hatte, speichere ich diese Momente immer wieder ab. Und diese Momente, wie jetzt auch jetzt, in dieser Episode, bringe ich hier rein. Erzähl darüber. In meinem Newsletter wirst du es noch in Text haben. Wie auch in meinem Blog, wirst du es auch in Text haben, wo ich eben darüber spreche, dass du das verstehen kannst, was das in dir auslöst, was es macht. Und das ist schlussendlich authentisch. Das ist real, das Leben. Und da darfst du ansetzen. Da müssen wir sogar ansetzen und merken dann, ja, jetzt darf ich darüber verstehen. Und genau das bringt dich schlussendlich in die Sichtbarkeit. Weil, wenn du so einen riesen Berg vor dir hast und auf dem Berg oben siehst du einen Mensch, der da oben etwas erzählt, das kann wahrscheinlich Tony Robbins ein riesen Mensch sein. Aber die meisten Menschen, die können den gar nicht verstehen, weil der ist so weit weg von ihnen. Da braucht es jemanden dazwischen, wie dich, der von deiner Situation erzählt. Und dann können sie dir folgen. Und das ist wichtig. Und jetzt kommt der Erfolg. Wir haben jetzt die Strategie ausgebaut. Du hast jetzt wirklich Schritt für Schritt für die Einsteiger das Modell gehört. Und jetzt kommt der Erfolg. Und da begleite ich auch ganz viele Menschen weiter. Weil da haben wir mal so einen Erfolg gehabt. Wir haben jetzt das erste Schritt da und jetzt kommt der nächste. Und wenn du jetzt gedacht hast, dieses Gefühl, wo ich davor erzählt habe, das kommt nie wieder, dann irrst du dich. Weil sobald du jetzt den nächsten Schritt tust, wirst du das Gefühl wieder haben. Und meiner Wahrnehmung nach tun die meisten Menschen im Erfolg die grössten Fehler. Und das nehme ich aus dem Militär raus, weil die grössten Kriegsführer, die haben ihre Erfolge gefeiert und haben da bereits die grössten Fehler gemacht. Warum ist das so? Weil es die grössen wahnsinnig geworden sind. Sie könnten nicht mehr nachvollziehen, ist es jetzt Gier oder ist das das Herz? Also ist es die Macht, die dran ist oder ist es das Herz? Und ich versuche immer wieder zu reflektieren, was habe ich erreicht, wo bin ich? Und dann auch das für mich abzuholen, damit ich die nächsten Schritte tun kann. Und auch da, wir sind auch wieder an meinem Punkt bei mir mit meinem Team, wo wir jetzt gerne wieder den nächsten Schritt tun können. Und darin drehe ich mich immer gerne dran, wo stand ich mal vor vielen Jahren und was kann ich für dich noch Gutes tun? Wie, auf welchem Kanal kann ich dir noch mehr zusprechen? Und da habe ich so ein Tool entdeckt, das nennt man E-Mail. Ich habe mal vor kurzem gehört, das E-Mail ist das alte Fax, das hat ja niemand mehr. Aber ich habe gemerkt, die E-Mail lesen die Menschen ganz gerne, wenn es einfach und rudimentär ist. Da gebe ich gerne viele Leitplanken mit oder einfach Checklisten, was so die nächsten Schritte sind. Und das mache ich wirklich so militärisch aufgelistet. Ich schreibe auch gerne mal obereine Geschichte, der kommt unten, wie gehen wir jetzt weiter vor und das sind jetzt deine nächsten Stufen, die du machst und diese Aufgabe darfst du mir zurückziehen. Wirklich, da steht wortwörtlich, was du tun darfst. Und wenn du das so schreibst, bei mir habe ich gesehen, reagieren die Menschen viel schneller drauf. Und das ist so ganz wichtig, auch im Erfolg, bleib einfach, bleib dir treu, bleib einfach, mach die Sache, nicht kompliziert, ganz einfach, weil die Menschen können dir nicht mehr weiterkommen. Im anderen habe ich mir jetzt auch ganz viele Gedanken gemacht, weil mein neues Buch kommt ja jetzt. Wir sind da im Endzug und ich habe vor kurzem, das war vor vier Tagen, habe ich ja auch, vier Tage, nein, war es zwei Tage, habe ich auch die Einleitung für das Workbook zusammengefasst, habe das Vorwort noch geschrieben und habe hinten auch noch die Ende Sache noch reingetan. Heute habe ich jetzt meinem Team, dem Sandy gesagt, Sandy kannst du mal rüberschauen, hat auch ganz viele Aufgaben drin, also Aufgaben sind Übungen drin, weil es geht um das Thema Lernen, wie du Sachen mitnehmen kannst und da habe ich so, es ist immer so eine Grundidee mitgeschwommen, weil ich weiss, als ich das gelesen hatte, habe ich gemerkt, diese Übungen sind schön und gut. Die einen Menschen können es super fassen, aber es gibt Menschen, die haben einen anderen Lerntyp, die können das nicht verstehen in den Texten und dann ist das für die langweilig. Wie kann ich jetzt diese Menschen noch mehr reichen? und du weisst ja, ich arbeite sehr stark mit Kachabi zusammen, habe ich gedacht, komm, lass mich doch diese Übungen in Videos aufnehmen, dass ich die weitergeben kann und so habe ich dann auch gemerkt, okay, könnte ich jetzt eigentlich die Menschen, die das wollen, du kannst mal schauen, was für dich, wenn das für dich jetzt passend ist, was ich dir sage, dann schreib es mir gleich unten rein, ich bin nicht gespannt, ich freue mich dann auch darauf, weil dann mache ich es und wenn ich nicht viele Feedbacks habe, dann werde ich es nicht machen. Dann nehme ich Videos für dich auf, werde das dir so einem Bundle dazustellen, kannst du, wenn du das Buch einfach für dich abholen oder wenn du willst, kannst du das Hörbuch dafür haben, plus dieser Videokurs und ich habe ja auch noch ein Hörbuch dazu, dann könnte man es in einem Ding mitgeben, du merkst, da ist alles da, das kann ich ja für mich nutzen und wenn du das Video siehst, mache ich mit dir gleich die Anleitung und dann kannst du das erleben und im Workbook dann wieder die Übungen reinschreiben. Wenn du das cool findest, dann kannst du mir das gerne sagen, dann würde ich das nämlich sehr gerne für dich aufnehmen und jetzt auch dieser Prozess, dass man das mal versteht, habe ich jetzt auch lange gedacht, mal schauen, was könnte jetzt dir da draußen am besten sein, dass du das für sich umsetzen kannst und du siehst, jetzt auch diese Sichtbarkeit, die ich hier habe, mache ich doch einfach in dieser Episode, frage dich was und du kannst darauf reagieren und so können wir schlussendlich ganz gut umsetzen. Also, jetzt habe ich für dich einige Sachen zusammengetragen, wo ich in den letzten Monaten, Jahren für mich aufgegleitet habe. Übrigens, einfach, dass du das nochmal in der Wiederholung hörst, dieser Kundenavatar, wo ich hier in diesem gelben Mädchen habe, das war für mich, ich habe das schon einige Mal gemacht, dass ich diese Art habe. Ich habe gedacht, das habe ich von einer Webseite heruntergeladen, fand ich mega. Ich werde das noch für mich verfeinern und dann bei mir im Jahrescoaching den Menschen weitergeben, damit du diese Leibfahnen dann auch hast. Und wirklich, mach das, setz das um, auch wenn es blödsinnig sich anhört und du denkst, ich kenn sie sowieso, füll das wirklich aus und danach nicht nur ausfüllen, sondern nutze es immer. Auch wie ich, hab das auf deiner Seite, damit du es auch tagtäglich umsetzen kannst. Und dann mache die nächsten Schritte, wo ich dir gesagt habe, die bringen dich wirklich dahin, wo du hin möchtest und das ist das Kleine eins mal eins. Und das braucht jeder, das braucht jede Führungskraft, das braucht jeder Selbstständige, das brauchen wir, sonst würdest du gar nie in die Sichtbarkeit kommen. Übrigens, ich bin ja 2012 gestartet. Als mir damals jemand gesagt hat, Alex, Sichtbarkeit, wie ist das? Ich hätte Bahnhof verstanden, was meinst du? Wenn mir jemand gesagt hat, Kundenavatar, wie ticken deine Kunden? Dann habe ich gesagt, keinen Plan, was ist da überhaupt los? Und wenn ich ein bisschen näher gedacht hätte, hätte ich gesagt, ja, was ich mache, ist, ich mache ja mediale Sitzungen, also ich hätte mit Verstorbenen und ich sage dir, wie du als Mensch tickst. Das möchten die Menschen. Aha, genau, das ist der Need. Ah, stimmt. Dann löse ich Problemchen für die Kunden. Richtig, ich löse durch das Problem meine Kunden. Was ist denn der Nutzen daraus? Der Nutzen daraus ist, wenn du mit einem verstorbenen Menschen kommunizierst, weisst du, bekommst die Bestätigung, dass es ihnen gut geht. Da hast du purer Bestätigung. Beim anderen, wenn ich Menschen so am 1-2-1 lese, dann weisst du, wow, ja, der Nutzen ist darin, dass du weisst, du kannst andere Menschen wahrnehmen. Das funktioniert und der sagt mir ganz genau, wie ich ticke. Was ist denn jetzt der Mehrwert? Mehrwert bei medialen Sitzungen verstorbenen, das bedeutet, du bekommst noch Informationen mit, was der Verstorbenen dir mitgeben möchte. Das ist ein purer Mehrwert. Stell dir mal vor, dein Papa ist seit zehn Jahren tot und du kannst jetzt durch mich erfahren, was er dir jetzt in dieser Situation noch zu sagen hat. Diese Innovation bekommst du sonst nirgends. Und wenn wir jetzt eine Standardbestimmung für dich machen, wenn ich dir erzähle, wie dein Chef über dich denkt, purer Mehrwert, dann weisst du, wie du dich kleiden musst, wie du dich verhalten musst und was du das nächste Mal sagen musst, dass denn eben deine Ziele, deine Vision eintrifft. und das kann sofort mehr Lohn sein. Einfach als Beispiel. Und das siehst du, genau das wollte ich dir heute mitgeben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über dein Feedback. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Zeit. Mach's gut und bis bald. Dein Zitrofeier, Alex Horser.